Hallo Leute, hier ist Eimin Staudt mit einem Photoshop Tutorial. Heute möchte ich mal mehrere Fliegen mit einer Maske oder eine Fliege mit mehreren Masken schlagen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Und zwar will ich euch heute eine Kombination zeigen. Erstens wollen wir die Maskmaschine nochmal in Action sehen, das heißt wie bearbeitet man eigentlich Masken nach? Das gab es nämlich mehrfach als Frage, das heißt, dass wir nicht die Masken aus der Maskmaschine immer so eins zu eins übernehmen müssen, sondern wir können da auch nochmal mit einem Pinselchen reingehen und ein paar Stellen schwarz oder weiß machen oder graue Stellen schwarz oder weiß machen. Je nachdem, ich weiß noch nicht genau, was mich hier erwartet. Das werden wir auf jeden Fall machen. Zweitens werde ich euch heute mal eine Aktion zeigen aus meiner neuen Focus Machine. Das ist die hier. Die ist jetzt kurz davor bei Rick im Shop zu landen. Ich muss die aber nochmal ein bisschen durchtesten und so, weil die halt nagelneu ist. Und davon werden wir jetzt eine Aktion benutzen und zwar um folgendes Problem zu lösen. Das ist eine ziemlich geniale Sache. Ich gehe mal hier auf 100% rein und ihr seht, ich hoffe, dass ihr das jetzt auf YouTube sehen könnt, dass hier ein relativ deutliches Rauschen im Himmel ist. Ich gehe jetzt extra nochmal einen höher auf 200% und dann seht ihr es auf jeden Fall. Oder auch eine komische Musterbildung. Das hat einfach mit der Komprimierung der Videos auf YouTube zu tun, egal ob das jetzt HD ist oder nicht. Das ist einfach so. Da kann ich nichts dran machen. Auf jeden Fall, wenn wir über Rauschen reden und uns das auf YouTube angucken, ist das immer so ein Problem. Können wir das eigentlich wirklich sehen oder nicht? Auf jeden Fall ist hier ein relativ starkes durchschnittliches Rauschen zu sehen, was uns normalerweise überhaupt nicht kümmern würde, wenn wir damit auf Facebook gehen oder Instagram. Aber wenn ihr zum Beispiel bei Adobe Stock so ein Foto verkaufen wolltet, dann würde das auf jeden Fall abgelehnt werden, weil das Rauschen ist zu stark. Das geht nicht. Zweitens, wenn ihr mit der Mask Machine zum Beispiel Luminanzmasken erstellt, dann sind diese rauschenden Pixel eins zu eins in den Masken drin. Das heißt, wenn ihr dann irgendeine Methode verwendet auf einer Einstellungsebene, ein Color Lookup oder irgendwas mit so einer Maske macht, was das Bild verändert, dann würde sich eventuell, das kann man natürlich nicht voraussagen, das kann man nur ausprobieren, würde sich eventuell dieses Rauschen verstärken. So, durch Masken. Masken sind so mächtig, dass man alleine nur durch Masken Bilder schärfen kann. Das habe ich ja auch schon mal gezeigt und wenn ich die Focus Machine als manuell vorstelle, werde ich euch das auch nochmal ganz deutlich zeigen, wie mächtig eigentlich Masken sind. So, deswegen müssen wir jetzt dieses Rauschen rausrechnen, also wir müssen das Bild entrauschen, nicht nur, weil wir es eventuell verkaufen wollten, sondern weil eventuell nachfolgende Techniken dieses Rauschen noch verstärken könnten und das wollen wir halt nicht haben, weil das ist ja hier schöner blauer Himmel und warum soll da eine Struktur drin sein, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Gleichzeitig wollen wir aber auch das Gebäude natürlich schärfen und auch die Bäume, naja, die sind halt schon unscharf, die Bäume, aber eigentlich hauptsächlich wollen wir jetzt auch die Gebäude schärfen und jetzt gibt es eine Methode, die das beides gleichzeitig macht. Die kann mir das Gebäude schärfen und gleichzeitig den Himmel entrauschen. Das habe ich damals genannt, kreative Frequenztrennung, weil das eine Frequenztrennungstechnik ist, wo ich einfach die Farbebene ausgetauscht habe unten. Hier in der Focus Machine heißt es aber jetzt anders, das ist jetzt nicht mehr so ein schöner Name. Vielleicht ändere ich den auch nochmal, weil wie gesagt, ist ja alles ganz neu. Das heißt jetzt Sharp and D-Noise plus Oil, heißt es. Ich habe versucht, sprechende Namen zu finden, weil jetzt in so einem Set macht das keinen Sinn, das kreative Frequenztrennung zu nennen. Das könnte ja Hölzchen oder Stöckchen sein. So, wir lassen das einfach mal ablaufen und gucken mal, was passiert. Das kann jetzt einen Tick dauern, weil da werden jetzt vier Smart-Objekte erstellt, obwohl es geht relativ schnell. Sehe ich gerade. Und was wir jetzt sehen, ist eine ganz normale Frequenztrennung. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Vorher und Nachher, weil wir hier eine Hochpass-Ebene haben. Und zwar mit einem Radius. Wenn ich schärfe, nehme ich immer 1,2. Und wir haben eine Farbebene hier unten mit einem Radius von 1,2. Das ist eine völlig normale Frequenztrennung. Wenn ich jetzt unten diese Farbebene mal rausnehme, dann seht ihr, dass das Gebäude schön geschärft wird mit 1,2. So, jetzt gucken wir uns mal das Rauschen im Himmel an. Ich gehe jetzt nochmal auf 200 Prozent und mache mal vorher, mache mal nachher. Und es ist klar, dass das Rauschen durch jede Art von Schärfemethode natürlich verstärkt wird. Das ist ganz klar. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, wenn ihr es so machen wolltet, bräuchten wir auf jeden Fall jetzt eine Maske von den Gebäuden oder vom Himmel. Ist egal, wie man das ausdrückt. Egal, was man nachher als Ergebnis kriegt. Man kann das immer so invertieren, die Maske, dass die Maske dann richtig ist. Das heißt, wir müssten jetzt den Himmel ausmaskieren, damit der nicht mitgeschärft wird. So, jetzt gibt es aber einen Trick. Wenn ich jetzt hier anstatt der Farbebene, die ich ja hier jetzt hier ausgemacht habe, eine Camera Raw Ebene nehme, also eine ganz normale Pixel Ebene mit dem Camera Raw Filter dran. Ich kann den Filter ja mal zeigen. Hier ist nichts anderes gemacht, als die Rauschreduzierung auf satte 100 zu setzen. Das heißt, mehr geht nicht. Okay. Ne, ich will keine Änderungen speichern, nicht wieder anzeigen. Alle Änderungen abrechnen, Camera Raw beenden. Ja, genau. Das verwirrt mich immer. So, okay. Also, wenn ich die jetzt anmache, dann ist das Rauschen im Himmel komplett weg. Aber im Gebäude ist es immer noch scharf. Pass auf, ich mache mal aus. Mach mal an. Achtet mal nur auf das Gebäude. Aus. An. Das heißt, das Gebäude ist tatsächlich jetzt geschärft worden. Und allerdings sind alle Flächen innerhalb des Gebäudes auch entrauscht worden. Das heißt, was wir jetzt hier, was wir jetzt hier geschärft haben, das sind die Kanten von dem Gebäude, aber nicht die Flächen. Jetzt kann man sagen, okay, das reicht mir so, das finde ich gut, dann ist das Bild fertig. Das heißt, der Himmel ist jetzt wirklich wie ein Babypopo, da ist kein Rauschen mehr zu sehen. Und das Gebäude, man kann jetzt auch mal bei dem Dach gucken, da sieht man das bestimmt auch ganz gut aus. An. Sieht man deutlich, dass das jetzt geschärft ist. Aber vielleicht reicht das ja nicht. Vielleicht reicht euch das nicht. Vielleicht soll das ja so geschärft sein, als wäre diese Ebene nicht an. Ja, nochmal, nur aufs Gebäude gucken. Aus. An. Und mit Entrauschungsebene sieht es so aus. Gut, also. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen also mit der Maskmaschine jetzt eine Maske von dem Himmel erzeugen. Und das Problem dabei ist, dass wir das mit zig verschiedenen Methoden schaffen können. Das heißt, man muss jetzt mit der Maskmaschine so lange üben, bis man sofort weiß, welches ist denn jetzt eigentlich die einfachste Methode. Und das hängt immer davon ab, was man machen will. Das heißt, im Grunde ist das jetzt eine Freistellungsmaske, die wir brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt die Gebäude freistellen und die Pflanzen freistellen hier. Das heißt, wir wollen eigentlich nur den Himmel auswählen, aber wir wollen den Himmel nicht austauschen. Wenn ihr eine Freistellungsmaske macht zum Austauschen, dann muss die hundertprozentig perfekt sein, und zwar was die Rände angeht. Wenn wir jetzt aber eine Maske machen, einfach um diese Ebene ein bisschen auszublenden, die entrauscht, dann sind diese Kanten nicht so wichtig. Weil ob das jetzt ein Pixelchen entrauscht ist oder nicht entrauscht ist, macht keinen Unterschied, weil ihr diese Entrauschungstechnik jetzt in den Teilen, wo es Struktur ist, nicht so deutlich seht. Ich will es jetzt nicht so kompliziert machen. Wir lassen jetzt einfach mal mit F3 die Maskmaschine ablaufen. Und zwar habe ich jetzt diese Gruppe hier angelassen. Das heißt, in meiner Colorsthetik-Ebene hier ist jetzt die Entrauschung schon mit drin, weil ich will jetzt keine Masken erzeugen, wo das Rauschen vom Originalbild mit drin ist. Deswegen habe ich jetzt in diesem Fall die Maskmaschine ablaufen lassen, während meine Entrauschung an ist. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie man am besten diesen Himmel auswählt. Und ich kenne jetzt schon das Ergebnis. Wollen wir jetzt alle durchprobieren? Also ihr könnt jetzt zum Beispiel mit Colorrange anfangen und einfach euch diesen blauen Farbbereich suchen, wo auch immer der sein mag. Ich weiß das vorher auch nicht. Der ist also bei Rot. Wenn er bei Rot ist, gehe ich ganz nach rechts. Und das wäre ja jetzt schon eine ganz gute Maske. Die müsste ich jetzt allerdings im Kontrast anpassen, weil die ist ja nicht weiß. Müsste ich jetzt sehr, 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 bis die Wolken weg sind. Ja, und dann hat man eine ziemlich, wie soll ich das sagen, eine ziemlich harte Maske mit sehr harten Kanten. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das haben möchte. Deswegen Colorrange ist vielleicht für sowas nicht so gut. Colorrange ist eher eigentlich geeignet, um Farben zu verändern oder sowas, aber nicht unbedingt, um Freistellungen zu machen. Kalt und warm können wir uns sparen. Das ist nämlich dasselbe. Eigentlich sind es entweder die Kanäle oder es ist Coloruminosity in diesem Fall. Also wir können ja mal die Kanäle ausprobieren. Natürlich fängt man immer bei RGB an. Und da ist eigentlich nur ein Kanal, der überhaupt in Frage kommt. Das ist nämlich der Blaukanal. Und der würde uns jetzt schon ganz gute Kontraste liefern, jetzt zwischen den Kanten unserer Gebäude und dem Himmel. Aber es ist eigentlich nicht gut genug, oder? Also das kann die Maske Maschine besser. Das heißt, sowas kann man sich sparen. Das würde man jetzt früher, hätte man das genommen und hätte dann jetzt relativ lange mit irgendwelchen Werkzeugen auf der Maske rumgearbeitet, um da eine Schwarz-Weiß-Maske draus zu machen. Wir können auch mal in die CMYK-Kanäle gucken. Da würde man natürlich sagen, okay, analog zum Blaukanal wäre jetzt der CMYK-Kanal, trifft aber nicht zu, ist nämlich genau das Gegenteil. Sondern wenn ihr das Analogon zum Blaukanal sucht, dann nehmt ihr immer den Gelbkanal. Und auch der würde mir jetzt Kantenkontraste liefern, aber hier in der Mitte ist das ja noch wahnsinnig viel Arbeit, oder? Bis ich da eine Schwarz-Weiß-Maske draus gekriegt habe. Also das haben wir nicht nötig, sondern am besten geht man hier in Color Luminosity auf die Schwarz-Weiß-Ebene und wählt sich dann einfach mal das Blau aus. Und dann gibt man so viel Zieren hinzu, bis es auch stimmt. So, das Zieren, also wenn ihr jetzt einen normalen blauen Himmel habt, dann ist da immer mehr Blau drin als Zieren. Und wenn ihr weiche Kanten haben wollt, also zum Freistellen eines Himmels oder so, dann nehmt ihr nicht 100% Zieren, sondern ihr nehmt weniger Zieren. Und dadurch werden die Kanten weicher. Das ist jetzt aber in diesem Fall egal, habe ich ja eben schon erklärt, weil wir wollen ja den Himmel gar nicht austauschen. Und hätten jetzt schon eine ziemlich gute Freistellung, die müssen wir nur noch im Kontrast anpassen. Und zwar so lange, bis die Wolken weg sind. So ungefähr, ja so ungefähr, sowas in der Art. Okay, man kann sie natürlich auch noch dunkler machen, dann brauchen wir nicht so viel mit dem schwarzen Pinsel zu arbeiten. So, ja und hätten jetzt eigentlich eine ganz gute Freistellung. Wir machen daraus mal eine Maske, Befehl A2. Und die hängen wir jetzt an unsere Ebene dran, mit der wir entrauschen. So, jetzt haben wir ja die Gebäude, sieht man ja schon auf der Miniatur hier, jetzt haben wir die Gebäude, sind schwarz, der Himmel ist weiß. Ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen nämlich jetzt den Himmel entrauschen. Aber die volle Schärfe von dieser Ebene haben. So, jetzt ist natürlich die Ebene, diese Maske hier nicht perfekt. Wenn ich mit einem Altklick da jetzt reingehe, sehen wir ja, dass hier immer noch Sachen entrauscht werden. Das kann einem, wenn man da jetzt wirklich ins Bild reingeht und sich das anguckt, sieht man das echt überhaupt nicht. Aber wenn man es jetzt perfekt haben will, dann muss man jetzt diese Maske noch nachbearbeiten. Und das ist in diesem Fall echt super einfach, weil da nehme ich einfach einen Pinsel, und zwar einen schwarzen Pinsel mit 100% der Kraft. Und der sollte nicht zu weich sein. Das Problem ist immer, wenn man jetzt mit einem weichen Pinsel hier in den Rändern arbeitet, dann komme ich natürlich in die Bereiche rein, die ich gar nicht schwarz machen will. Das ist klar. Deswegen, in so einem Fall einfach einen harten Pinsel nehmen oder meinetwegen ganz klein bisschen weich. Und dann geht man hier einfach so lange durch, bis alles das schwarz ist, was man schwarz haben möchte. So. Zack. Und jetzt muss man immer wissen, okay, wie weit geht man da jetzt? Also ist hier der Baum durchsichtig und da sieht man den Himmel oder nicht? Nee, das ist eine Mauer, also Alt-Klick nochmal in die Maske, kann ich das einfach alles schwarz machen. Wie gesagt, das muss keine Maske sein, die 100%ig sein muss, weil wir ja jetzt eigentlich nur uns um das Entrauschen kümmern. Und wenn jetzt hier so ein Pinselchen im Bild mitentrauscht würde, würde das keinem jemals irgendwie auffallen. Das sieht man nicht. Egal. Ich will jetzt nur mal zeigen, weil es gibt ja auch noch ganz andere Fälle, wo man Masken nachbearbeiten muss. Und da muss man halt einfach exakter arbeiten, wenn es zum Beispiel wirklich eine Freistellungsmaske ist, um den Himmel auszutauschen oder sowas. So. Und da geht man jetzt die Maske durch, bis es fertig ist. Da gibt es also, weiß ich nicht, diverse Tricks. Ihr könnt auch den Pinsel, ich glaube, auf den Ebenenmodus Luminanz stellen oder so. Und dann würde der halt auch abdunkeln oder auffällen, je nachdem, wie ihr ihn auf schwarz oder weiß stellt. Das ist jetzt eine Stelle, wo ich einfach einmal auf X klicke, dann habe ich einen weißen Pinsel. So. Okay, bei solchen Stellen hier würde ich sagen, ist mir egal. Man könnte jetzt aber einfach auf den Nachbelichter oder Abwedler gehen. So, jetzt gibt es eine Eselsbrücke, weil kein Mensch kann sich das merken. Was macht denn der Nachbelichter? Da ist das Wort Licht drin und der macht genau das Gegenteil von Licht, der macht es nämlich dunkler. Das heißt, dass wir jetzt einen Abwedler brauchen, weil der Abwedler macht es heller. Nehmen wir den mal. So, was ist der Abwedler? Kein Mensch kann sich das merken hier mit den Symbolen und so. Also außer man benutzt das täglich. Und das Problem ist jetzt, dass wir jetzt tatsächlich eine sehr pixelige Maske bekommen haben, weil wir hier so extreme Kontraste eingestellt haben. Wir probieren einfach mal die Mitteltöne aus. So ist das auch standardmäßig eingestellt auf 100. Und gucken mal, ob wir jetzt solche Bereiche heller kriegen. Und das geht tatsächlich heller. Da muss man aber sehr oft drüber gehen. Und wenn das hell genug ist, dann kann man auch hier auf Lichter wechseln. Und dann hat man sehr harte Kanten hinterher, wenn ihr auf Lichter geht. Ich kann mal probieren, wenn ich hier auf Lichter gehe. Ja gut, also am besten geht man immer von den Mitteltönen aus, macht die ein bisschen heller. Und wenn die hell genug sind, kann man hier auf Lichter wechseln. Und dann kriegt man quasi das auch hin, was man haben will. Solche Teile würde ich jetzt nicht mit dem Nachbelichter machen, sondern das macht man nur dann, wenn es grau ist und in Kantenbereichen. Das Problem ist immer, wenn ihr mit einem schwarzen oder weißen Pinsel über Kanten geht, dann müsst ihr ganz exakt malen. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach die vorhandenen Kanten gar nicht verändern, sondern nur graue Pixel im Bereich der Kanten verändern. Und dann nimmt man eben Abwedler und Nachbelichter. Hier würde ich jetzt einfach wieder einen schwarzen Pinsel nehmen und einfach so eine Stelle schwarz machen. So, das war jetzt schon viel exakter, als es eigentlich hätte sein müssen. Ich nehme nochmal einen weißen Pinsel und mache mal diese Wolke auch noch weg. Also man kann jetzt in der Maskmaschine stundenlang an Reglern ziehen, bis man so eine Maske hat, wie man sie hier sieht. Das wird man aber nicht hinkriegen, weil die Reflektionen in den Fenstern und so, das kriegt man nicht hin. Oder man macht sich so eine Vorabmaske quasi, die vielleicht eine Minute dauert. Und dann geht man da einfach mit dem Werkzeug rein. Das geht einem in der Regel viel schneller. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man da irgendwie so ein Gefühl für, wann was eigentlich schneller ist. Und eigentlich muss es ja auch nicht immer super schnell sein. Ich weiß nicht, wenn ihr es nicht professionell macht, dann habt ihr da auch nicht so einen Zeitdruck oder sowas. So, dann gehen wir mal mit einem Alt-Klick aus der Maske raus. Mit 100% das Bild rein. 100%, ja genau, jetzt hat es geklappt. So, und jetzt haben wir die volle Schärfe im Gebäude von der Hochpass-Ebene. Und wir haben die Entrauschung, die Noise-Ebene mit dem ACR oder Camera Raw Filter im Himmel. Vorher, nachher. 200%. Also achten wir mal auf den Himmel. Nur der Himmel jetzt. Vorher, Himmel. Nachher, Himmel. Jetzt achten wir mal auf das Gebäude. Vorher Gebäude. Nachher Gebäude. Scharf, oder? Ist doch wunderbar. So, jetzt gibt es hier noch eine zweite Sache. Mit dieser Technik hier. Das ist nämlich der Ölfilter. Guck mal hier. So, jetzt habe ich hier einen Ölfilter drin. Und schaut mal auf die Pflanzen. Wäre das jetzt nicht toll, wenn wir einen entrauschten Himmel hätten? Geschärfte Gebäude. Aber Bäume, die sich so leicht im Wind wiegen, die also so eine Bewegungsanschärfe bekommen oder so, warum nicht? Das könnte ja ein cooler Effekt sein. Man kann diese Ölfilter eben auch als Vignette benutzen. Zum Beispiel, wenn ihr Naturbilder habt, wo an den Rändern Pflanzen sind. Und die kann man damit sehr schön ein bisschen in Bewegung bringen. Allerdings eben nicht so, wie das jetzt hier eingestellt ist, weil da ist der Ölfilter, ich mache mal einen Doppelklick drauf, der ist hier auf volle Kanne gestellt. Also zweimal 10, zweimal kleinste Einstellung, aber hier oben zweimal 10. Ja, das heißt volle Kanne. Das heißt, wenn man da jetzt mal näher reingeht auf 100 Prozent, dann ist das schon sehr extrem und übertrieben. Und jetzt sollte man einfach den Ölfilter ausblenden ein bisschen, bis man das Gefühl hat, so, da ist nix. Und jetzt geht man am besten immer von Null los. Und dann sieht man den Unterschied besser. Und jetzt kriegt der immer mehr so, werden die Pflanzen immer mehr weich gezeichnet, aber in so eine bestimmte Richtung weich gezeichnet. Also achtmal, am besten sieht man das jetzt zum Beispiel bei diesem Baum hier unten. Mal vorher. Nachher. Schau mal, das sieht doch ganz gut aus, oder? Und jetzt bräuchten wir doch einfach nur eine Maske von dem Grün der Bäume. Das klingt ja einfach, ist aber leider gar nicht so einfach, habe ich gemerkt bei dem Bild. Ich habe es natürlich vorher mal ausprobiert. Und in diesem Fall würde ich jetzt vorher, bevor ich die Mars Machine ablaufen habe, also weil ich brauche jetzt eine neue, brauche ich, würde ich die ausmachen. Weil was ich jetzt haben möchte, ist die Silhouette von diesen Pflanzen. Wenn wir da mal näher reingehen und den Ölfilter wieder anmachen, dann seht ihr, dass der Ölfilter Schlieren bildet, die nach außen gehen. Und die sehen echt nicht gut aus. Also daran sieht man gleich, dass es der Ölfilter ist. Wenn ich jetzt diese Schlieren aber nicht hätte, sondern diese vorherige Silhouette von dem Baum, dann wäre das egal. Dann kann ich hier so viel Ölfilter in die Mitte machen, wie ich will. Das sieht cool aus. Auch wäre ganz gut, wenn man die Tiefen hier ein bisschen schützt, vor dem Ölfilter. Weil dann würde der Baum seine eigentliche Struktur behalten, aber diese Blätterchen da drin, die würden sich bewegen. Das machen wir jetzt mal mit der Maskmaschine. Das heißt, ich lasse sie jetzt noch einmal ablaufen, und zwar ohne den Ölfilter. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da an das Grün rankommen. Da gibt es jetzt auch wieder zig verschiedene Methoden. Die erste ist natürlich immer dann, wenn es um Natur und Pflanzen geht, die ja komplizierte Umrisse haben durch die Blätter und so, dann ist es immer eigentlich ganz gut, in die Kanäle zu schauen. Und zwar, auf was achte ich eigentlich, wenn ich in die Kanäle schaue? Ich achte darauf, dass es einen Kontrast von dem Objekt gibt, das ich freistellen will, zu seiner Umgebung. Das heißt, jetzt bei diesem Baum hier zum Beispiel müsste ich jetzt auf den Himmel und die Wolken und das Dach hier achten. Da gibt es aber jetzt keinen eindeutigen Unterschied, würde ich sagen. Und den gibt es auch. Hier würde es ihn geben, aber hier müsste ich sehr viel jetzt mit dem Nachbelichter arbeiten, um das hier dunkler zu machen. Würde aber unweigerlich mit dem Nachbelichter auch in den Baum reinkommen. Das heißt, ich würde hier keine ordentliche Kante hinkriegen, also von Dach zu Baum. Fände ich jetzt nicht so gut, wir haben jetzt so viel Arbeit, ist natürlich alles möglich. Aber wir haben ja die Maskmaschinen. Wir können ja auch einfach mal versuchen, eine Farbe auszuwählen, oder? So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Also, Color Luminosity ist natürlich immer die erste Wahl, weil es ist einfach am einfachsten. So, setzen das Ding mal zurück und gucken mal, ob da überhaupt Grün drin ist. Und da ist tatsächlich ein bisschen Grün in den Bäumen drin und es wird auf jeden Fall auch Gelb drin sein. Aber es ist halt ein italienisches Dorf und in den Wänden überall ist auch Gelb drin. Das ist vielleicht jetzt nicht so eine tolle Lösung. Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht würde das ja auch schon reichen. So, und dann nimmt man hier oben den Kontrast runter. Nee, nicht heller machen, dunkler machen. Ja, aber dann verschwinden die ganzen Baumspitzen und so, finde ich jetzt nicht so gut. Ich setze das mal zurück. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt die richtige Lösung noch gar nicht. Dann, was können wir nachausprobieren? Wir können auch wieder Color Range ausprobieren. Also, für so eine Sache würde das eventuell sogar hinhauen. Und wie sieht es aus? Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? So, das könnte ich mir vorstellen. Das speichern wir uns mal, indem ich jetzt einfach das so lasse, wie es ist, aber diesen Ordner ausmache. Und dann können wir natürlich Recolors probieren. Warte mal, da gehen wir auf diese Ebene und müssen jetzt erstmal einen Farbbereich auswählen. Das machen wir immer so. Ausmachen. Auf die Hand gehen und dann hier mal in den Baum klicken. Es ist natürlich wichtig, dass ihr hier mindestens 3x3 oder wir nehmen jetzt mal 5x5 irgendwie sowas ausgewählt habt, damit ihr nicht versehentlich einen einzelnen Pixel aufnehmt. Also, Gelbtöne sind das auf jeden Fall. Und ich kann jetzt gleich mal die Pluspipette nehmen. Also, es geht jetzt darum, dass wir diesen Toleranzbereich hier unten einstellen. Der ist natürlich jetzt einfach auf einem Standardgelb. Der ist jetzt hier bei 60 im Farbkreis. ist jetzt hier die Mitte von der Toleranz eingestellt. Jetzt nehmen wir mal die Pluspipette und fahren einfach mal durch den Baum durch. Und gucken mal, wie sich jetzt die Toleranz verändert hat. Die hat sich jetzt von Gelb zu Grün verändert. Also, sehr stark vergrößert. Machen wir das mal an. Und jetzt sehen wir natürlich noch nichts, weil wir müssen jetzt erstmal einen Unterschied herstellen zwischen Vorher und Nachher. Und in der Regel ist das das hier oder das hier. Es passiert aber nichts. So. Warum passiert jetzt hier nichts? Wir machen mal die Chroma-Ebene dazu an. Und jetzt passiert plötzlich was. Aber das ist viel zu viel, was hier passiert. Ne. Das ist auch nichts. Wir machen mal die Chroma-Ebene wieder aus. So. Sättigung haben wir hochgestellt. Und jetzt müssen wir einfach mal den Farbbereich nochmal verändern. Und eventuell kriegen wir dadurch eine Auswahl von den Bäumen hin. Und tatsächlich kriegen wir hier in diesem Bereich ungefähr eine Auswahl von den Bäumen hin. Allerdings sind jetzt, wie ich es eben schon prophezeit habe und was eigentlich auch ganz gut ist, sind jetzt die schwarzen, die dunklen Teile in den Bäumen, die sind jetzt quasi auch geschützt. Die sind auch ausmaskiert. Und jetzt kann man genauso wie vorher hier eine Maske draus machen. Also gesetzt im Fall, wir wollen die jetzt so nehmen, wie sie ist. Kann ja hier nochmal rumprobieren. Hab ich hier nochmal ein bisschen, das kommt mir so ein bisschen krass vor gerade. So. Ich will auf jeden Fall nach, dass die Baumspitze noch ein bisschen mit da drin ist. Also sowas in der Art. Und dann hier nochmal gucken. Oben. Okay. Ich glaube, das ist jetzt das Beste, was wir irgendwie hinkriegen damit. Wir können es ja mal vergleichen. Wir haben jetzt einmal der Kontrast, der ist auf Null. Okay. Also wir machen mal Wee Colors aus und machen mal Color Range ein. Okay. Also das entspricht jetzt schon mehr einer Freistellungsmaske, oder? Dann nehmen wir die jetzt einfach mal und probieren das mal aus. Also Befehl A2. Und die Maske ist schon da. Dann machen wir mal unsere Gruppe hier an. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten jetzt den Ölfilter ausmaskieren. Das heißt, dass wir diese Auswahl als Maske da dranhängen. Und sie ist auch schon richtig rum. Das sieht man. Alles ist schwarz, bis auf die paar Bäumchen. Und jetzt schauen wir da mal rein. Hat sich was verändert? Aus, an. Und es hat sich deutlich was verändert. Und jetzt ist halt die Frage, gefällt uns das? Und wir überprüfen das natürlich mit einem Altklick. Und wir haben hier noch einige Bereiche, also schwarzer Pinsel, die weiß sind. Die sollten also nicht durch den Ölfilter gejagt werden. Vor allem dieser Fensterladen. Was das hier ist, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Mich interessieren mich jetzt wirklich nur für die größeren Pflanzenansammlungen. Und die wollen wir jetzt einfach mit dem Ölfilter bearbeiten. So, jetzt könnte man natürlich einfach hergehen, auch mit einem, warte mal, Nachbelichter, Abwedler. Und könnte das jetzt hier heller machen. Aber wir gucken uns erst mal an, wie das kommt. Und ich finde das eigentlich schon ganz gut. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, schau mal. vorher, nachher. und da wir jetzt so eine tolle Maske haben, können wir jetzt den Ölfilter auch sehr wahrscheinlich wieder höher machen. So, aber nicht so hoch, dass uns alle Lichter verschwinden. Guck mal, jetzt ist alles so breiig. Und jetzt kriegen wir, wenn ich ein bisschen rausgehe, kriegen wir auch wieder ein paar Lichter. und jetzt hätte ich die Bäume so ein bisschen so im Binnenbereich der Bäume, also nicht die Kanten eben, sondern innen drin haben wir die jetzt ein bisschen mit dem Ölfilter bearbeitet, haben aber die Kanten hier erhalten. Also das heißt, wenn ich jetzt hier die Maske rausnehme, seht ihr, wie die Schlieren hier in den Himmel reingehen. Das ist eigentlich nicht so schön, finde ich. Sondern wir haben die Form der Bäume erhalten, sie aber so ein bisschen aus dem Fokus genommen, indem wir sie quasi nochmal weich gezeichnet haben mit dem Ölfilter. Das heißt, dass dann die Gebäude nochmal besser kommen. Muss euch ja nicht gefallen. Ich finde das cool, ich mag das gerne sowas. Darum geht es jetzt auch nicht, ob es euch gefällt oder nicht, sondern einfach mal, wir haben jetzt Masken, so echt, nur mit einem schwarzen Pinsel und ein bisschen mit einem Nachbelichter und so bearbeitet. Das ist eigentlich so das Standardding. Das heißt, wenn eine Maske irgendwo nicht perfekt ist, so wie ihr sie haben wollt, dann nehmt ihr einfach einen Pinsel, schwarz oder weiß oder einen Nachbelichter oder einen Abwähler und bearbeitet diese Stellen, bis die passen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Mehr Tricks gibt es da eigentlich nicht. Das ist eigentlich super easy. Und jetzt haben wir unser Bild mit der kreativen Frequenztrennung aus der Focus Machine bearbeitet. Wir haben den Himmel entrauscht, das Gebäude geschärft, vorher, nachher und die Bäume ein bisschen weich gezeichnet. Wenn das nicht eine coole Sache ist, dann weiß ich es nicht. Jetzt kann man das Ganze natürlich auf eine Ebene zusammenrechnen. Man könnte sich die Masken nochmal separat in Gradationskurven speichern, falls man das nachher nochmal ändern wollte. Wie auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Wir haben jetzt quasi mit so einer Technik ratzfatz, wenn ich jetzt nicht gequatscht hätte, hätte mich das, sagen wir mal, zehn Minuten gekostet oder so, oder vielleicht noch weniger, haben wir ratzfatz ein Bild auf diese Art und Weise bearbeitet. Das könntet ihr jetzt, wenn man da noch einen Look drüber hauen würde vielleicht, oder vielleicht auch so, das könntet ihr jetzt bei Adobe Stock verkaufen. Ich glaube, das findet ihr da sogar, also wenn ihr mal nachsucht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, euer Armin Stott.